Das Spitzentrio hat sich vergrößert zu einem Spitzenquartett, wie bei der ersten Runde wie nach dem Start. Linda Endegand konnte abschliessen, somit haben wir anfangs der zweiten Runde von den sechs Runden folgende Situation. Sina Frey zusammen mit Yolanda Neff, Alessandra Keller und Linda Endegand führen das Rennen an. Sina Frey zusammen mit Yolanda Neff.